Okay, ich dachte tatsächlich, wir kommen jetzt zu spät. Naja dann, auf ins Glück. Atul Agni. Dann warten wir mal, vielleicht treffen wir ihn ja jetzt. Dann haben wir vielleicht tatsächlich vorhin wirklich mit dieser Rune, die ich fehlplatziert hatte, einen getötet. Das wäre... schön wäre das. Ja, ich weiß, da kommen jetzt drei Typen. Uda Notem. Atul Agni. Nein! Bleibt mir vom Hals, ihr drei! Was weiß ich, ich habe wieder Lust zu singen. Uda Notem. Ah, Atul Agni. Wow, okay. Das war jetzt gefährlich. Es war gefährlich. Doch wir haben es gewagt. Es war gefährlich. Doch ich habe nichts dazu gesagt. Uda Notem. Wir haben einen erledigt. Atul Agni. Wir haben sogar zwei erwischt. Nein, nur einen. Okay. Da, 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 da. Uda Notem. Atul Agni. Ja, bleib stehen. Geh weg. Warum habe ich jetzt Schaden genommen? Der war mindestens 3 Meter weit weg von mir Und seine Tentakel sind nur 2 Meter lang Ecto Fresh, Ecto Fresh Ja Uda, Notem Ach du Schande Jo Die 3 waren das übrigens, die Sieht schon krass aus Ich kann mich leider nicht bücken Aber der Typ Lebt doch noch Ich warte, ich drehe mich mal um So, dann ist der Nein, er despawnt nicht Ich gehe mal hier rüber Und drehe mich um Dann despawnt er Ja, er ist weg Ach wie schön Da hüpfe ich doch glatt Jäger Mide So Atul Agni Atul Agni Das hört sich so eingebildet an Wenn man das so betont Ähm Uda, Notem Das hört sich nicht nur eingebildet an Das hört sich ziemlich Äh Naja, falsch an Ach man kann alle 3 Ringe drehen? Moment, das habe ich vorher nicht gesehen Obekenu Wo war denn das Ding? Ich habe keine Ahnung Auf welcher Seite das Ding war Ja, äh Ja, äh Dann dreh dich mal La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Dann... Wo sind wir denn? Ah, man kann... Kann man? Ah, OB-Canoo. Opuno-B! Okay. Wow, okay. Das war jetzt knapp. Named Atul. Ich hätte übrigens auch, äh, ganz kurz... Opun, nein. Ähm, Opun, nein. Opun? Opun? Random Zaubersprüche, meine Damen und Herren. Random Zaubersprüche. Äh, P... Named Atul. Atul Agni. Ja, natürlich funktioniert das so. Named Atul. Named Atul. Nicht Named Ecto. Atul Agni. Sehr gut. OB-Canoo. Das... Was? Ich stehe... Ich stehe hier nicht mal mehr auf dem Ding. Wie soll das Ding zu weit weg sein? OB-Canoo. Named Atul. OB-Canoo. Nein, falsche Richtung. Es ist bestimmt hier irgendwo. Ja. Ähm. Da war es übrigens. Okay. Also hier über diesem Ring quasi. Named Atul. Named Atul. Hallo? Named Atul. Jetzt. Opun, OB. Opun, OB. Ah, OB-Canoo. Ja, jetzt ist es natürlich wieder weit zu weg. Äh, weit zu weg. Es ist weit zu weg. Das, ähm... OB-Canoo. Hier irgendwo ist es, glaube ich. Also hier über diesem Ring. Nechwa. Ja, nechwa. So. Opun, OB. Haha. Named Atul. Äh. Atul Agne. Jetzt würde ich halt gerne wissen, ähm... Was jetzt passiert, aber ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Warum auch nicht. Ähm. Named Atul. Ich bleibe nicht hier stehen. Named Atul. Named Atul. Jäger Mide. Jäger Mide, natürlich. Jäger Mide, natürlich. Ecto Fresh. Ecto Fresh. Jetzt frage ich mich aber nur eines. Was soll ich jetzt mit so einem fetten Block machen? Ich dachte schon, das Ding will mich jetzt töten oder so. Ich habe keine Ahnung. Was mache ich jetzt mit so einem... Ach, natürlich. Aber was mache ich jetzt mit so einem fetten Block? Obey Canoo. Ich muss halt aufpassen, dass sich dieser fette Block nicht Richtung Lava bewegen... Äh... Möchte. Oder ist tot. Opun Obey. Obey Canoo. Das wird ja jetzt knifflig. Opun Obey. Named Atul. Weil sobald ich hier jetzt vorbeigehe... Schließt sich das Tor, nicht wahr? Wegen der Runen der Bewegung. Was auch immer. O... Ähm... Äh... Obey Canoo. Opun Obey. Named Atul. Named Atul. Obey Canoo. Ich darf auch nicht zu heftig rucken. Opun Obey. Named Atul. Named Atul. So. Wo muss ich denn stehen? Genau hier. Möglicherweise. Auf dieser wunderschönen... Äh... Äh... Schwarzen Steinplatte. Ähm... Ecto Fresh. Nein, muss ich nicht. Das ist aber toll. Ich muss offensichtlich weiter oben stehen. Und, äh... Hier so. Nicht wahr? Ecto Fresh. Ecto Fresh. Ecto Lume. Nein, muss ich nicht. Kann ich dich nehmen? Obey Canoo. Nein, kann ich nicht. Was zur Hölle? Strahlst du etwa immer darüber? Ecto Lume. Nein, er strahlt immer... Nein, er strahlt immer... Ich muss weiter da nach drüben. Ich muss weiter da nach drüben. Ecto Lume. Ecto Lume. Ecto Lume. Also hier so. Opun Obey. Namet Atul. Wie episch ich die Zauberspräche nun... intoniere. Oder einfach nur betone. Ecto Lume. Na ja, zumindest fast, nicht wahr? Zumindest fast. Noch weiter hoch? Alter. Wohin soll ich denn? Soll ich an die Decke gehen? Ich geh gleich an die Decke. Named Atul. Obey Canoo. Opun Obey. Named Atul. Ecto Lume. Es ist immer noch nicht... ...niedrig genug. Zumindest ist es so... ...aus. Natürlich. Warum auch nicht? Hier drüben und so weit unten wie möglich. Nein, äh, offensichtlich nicht. Ähm. Named Atul. Das ist... ...kacke schwierig. Meine Entschuldigung, aber... ...das ist verdammt schwierig. Und dieses... ...blöde... ...T-Shirt-Zettelchen. Ähm. Warte mal. Ich war immer zu weit hier drüben. Hier drüben war ich immer zu weit. Das bedeutet, ich muss noch weiter rüber und weiter hoch. Okay. Obey Canoo. Opun Obey. Named Atul. Ecto Fresh. Ecto Fresh. Naja, beinahe. Jetzt muss ich nur noch weiter hoch. Ja, wo, äh... ...ganz kurze Frage. Wo soll ich denn hin? Okay. Okay. Named Atul. Obey Canoo. Ähm. Opun Obey. Named Atul. Ecto Fresh. Ecto Fresh. Also... ...von dieser Position her wird es jetzt passen. Allerdings... ...immer noch weiter nach unten. Und wieder ein Stückchen nach rechts. Ich hab jetzt, ehrlich gesagt... ...ich hab halt die Schnauze voll hier. Dieses blöde Nachrücken immer. Moment, ist es wirklich Named Atul? Ecto Lume. Ecto Lume. Ecto Lume. Äh... Noch ein wenig niedriger. Das war höher. Das ist, äh... Von der Richtung her stimmt's, aber... Zu dem... ...weit unten. Äh... Oben. Natürlich. Versteht sich. Hey! 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 Ich verstehe es gerade nicht. Jetzt ist es hinter mir. Mit so einem blöden Winkel kann ich nicht arbeiten. Ich, äh... ...schwöre, ich, äh... ...mag das nicht. Ich muss mich dauernd umdrehen, um zu sehen, wo ich denn hinziele. Jetzt muss ich weiter runter, aber weiter, um weiter runter zu kommen. Ganz kurz. Ganz knapp. Ganz close to the edge. Ich stehe eigentlich gar nicht mehr drauf. Ich stehe jetzt nicht mehr drauf. Nein. Na, komm schon. Aaaaaah. Ich krieg das irgendwie nicht dazu, das zu machen, was ich will. Na, mit Atul. War die Stadt da? Warum dreht sich das? Was sind das für Zeichen da drauf? Kann man das lesen? Was bedeutet das? Warum dreht sich das? Uda Notem. Ich meinte natürlich Uda Notem. Ähm. Ja, ich kann komische Geräusche mit meinem Mund machen. Das, äh, beweise ich ja immer wieder in jeder Folge von jedem Projekt. Ähm. Ich kann das Ding nicht bewegen. Ich kann die hier, das sind keine solchen Schalter-Punkt-Dinger. Ist da oben auch nicht. Atul Agne. Uda Notem. Nein, okay. Nein, tatsächlich nicht. Ähm. Ja. Ich seh mich hier gerade noch ein bisschen aufmerksam um. Wie kann ich... Oh, Entschuldigung, das war das Mikrofon. Wie kann ich... Ich versteh's nicht. Notem Atul. Ja, warum... Äh, ja, ich hab den Falschen gesagt, aber das macht ja nichts. Ähm... Es geht... Nein, ich hab den Falschen gedacht. Nein, ich bin halt... Ich bin halt...